Ich erkläre die Bedeutung des Satzes ohne Beweis. Nur was heißt das? Was wollen die? Also ich lasse jetzt mal dieses x gegen 0 laufen. Na ist klar, 0 hoch irgendwas, r ist ja 7, 8, 9 irgendwas. Also 0 hoch irgendwas ist 0, das Ding will 0 werden. Den ln sollte man kennen. Der ln hat, also die Funktion, die schaut so aus, hier ist 1. Wenn ich jetzt hier gegen 0 laufe, dann läuft er gegen minus unendlich. Ich habe hier minus unendlich, also minus eine Million mal 0. Also minus unendlich mal 0, was kommt raus? Also eine spannende philosophische Frage. Ich mache mal so Beispiele, wenn ich das habe. x² mal 1 durch x und ich lasse x gegen 0 laufen, dann habe ich ja was ähnliches. 0², das will zu 0 werden. 1 durch 0, dann kenne ich wieder die Funktion, das will gegen plus unendlich laufen. Und jetzt, wer gewinnt? 0 mal unendlich. Ich kann das ja umformen. Das ist ja x², mal ein bisschen Platz. Also x² mal 1 durch x, das ist x² durch x, ist x. Und wenn x gegen 0 läuft, dann ist es 0. 0 hat gewonnen, also 0 mal unendlich ist 0. Aber, jetzt schreibe ich das ein bisschen anders. So, x mal 1 durch x². So, das ist jetzt, also das will 0 werden, das will wieder plus unendlich werden. So, und dann habe ich jetzt x durch 1 mal 1 durch x². Da kommt raus 1 durch x. Und das ist, also läuft gegen plus unendlich. Also hier habe ich 0 mal unendlich ist unendlich. Und unendlich ist ja keine Zahl, das sieht man, die darf nicht mitspielen, weil die sich so komisch verhält, aber auch interessant. Also 0 mal unendlich kann 0 sein oder 0 mal unendlich kann unendlich sein. Und deswegen ist das nicht so eindeutig, je nachdem, wer gewinnt. Also x verliert gegen x², x² gewinnt hier gegen x. Logisch, das ist klar, jetzt hier, wer gewinnt, wenn ich mir x hoch irgendwas anschaue und Lnx anschaue. Und da sagt der Satz, es gewinnt immer die Potenz, Ln verliert immer. Also der Satz sagt einfach, Ln ist immer der Loser. Mehr steckt nicht dran. Mehr steckt nicht dran.